Ah Jungs, die Dubs, der Cat ist... Aber du warst doch hinter mir, oder nicht? Nein, die ist schon cool. Ich war erst vor dir und bin dann hinter dich gelaufen. Dann hab ich dich weggenudelt. Vor mir hab ich nix gesehen, da hab ich nur die Leiche gesehen. Ja, klar, ich bin einmal um den Baum rumgelaufen. Okay. Ich hab aber dauervoll auf dich drauf gehalten und das Ding hat dir ja kaum Schaden gemacht. Habt ihr schon eure Rollen bekommen? Nee, das ist preparing, das dauert noch. Okay, ich seh's klar. Ich war jetzt bei Null, weil dann... Ist okay. Lecker. Wär so schön, wenn die Waffen wie in Connorswake... ...damage machen würden, dann wissen wir, was man in der Hand hat. Wenn das Handling wie in CSGO wär. Oh ja. Das wär richtig angenehm. Wenn man CSGO spielen würde. Ja, los. Fünfe Runde, los geht's. Was seid ihr vorang? Ich? Ähm... Nix. Unranked? Nein, du. Habt das Spiel vielleicht zwei Stunden gespielt? Boah, lass uns. Kommen wir nicht weg. Ach, hier. Okay, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Plupp. Mal Angst vor Johannes. Das ist eine sehr gute Einstellung. An der Nase eines Mannes. Erkennt man sein. Äh... Wie war das? Das machte schon den Philipp. Ah ja, da war was. Gibt es schon Tote, beschädigte Tote? Nein. Ja doch, hier ist ne Leiche. Dann bestätige mal. Kann ich nicht. Außer da ist kein Blut, dann bestätige lieber nicht. Hallo? Nieste Menge Blut. Wie sagt er? Die Leiche. Wo ist denn die Leiche? Wo? Alles klar. Irgendjemand benutzt Raygun. Oben aus dem zweiten Tower. Der hat grad Kevin weggesprengt. Zwischen Tower. Hinter dir. Oben kam's. Entweder die beiden, wo du jetzt dazwischen stehst, oder der da hinten. Ist da jemand drinne? Nein. Dann ist es der andere Tower hinten. Kann aber auch nicht sein, es kommt von da nicht. Das sind beide Fenster noch ganz. Es kam ein Raygun von oben auf dem Dach. Welches Dach? Den großen Tower. Ja, ist runtergefallen. Nächster. Ich bin in Fahrt gerade. Ah, Johannes. Hi. Hi. Wo bist du? Schlipp mal bitte. Ja, kann ich anbieten. Aber sagst du mir, wo du bist. Oh ja, du schießt schon noch was. Was denn? Ich schieß schon die ganze Zeit nicht. Ach, da. Ah, fuck. Was? Sehr gut. Johannes hab mich nicht erwischt. Der Deathbringer wieder. Nee, das war kein Deathbringer. Das war der good chance. Ah, okay. Okay. Bist du runtergefallen, Johannes? Nein. Wie bist denn du da komplett hochgekommen? Ähm. Das ist so ein kleiner, ich sag mal, Exploit von... Äh. Johannes, was stand dir jetzt bei dir, wie du gestorben bist? Was hast du mich erschossen? Du hast mich erschossen. Okay. Nachdem ich ihn gut genug angedamaged hab hier. Ja, ich hab die ganze Zeit geschossen. Was sag ich denn mit hier so einer Rifle? Die ist halt... Ich hätt aber nicht den ersten Raygun Schuss für Matze nutzen dürfen. Das war so ein massiver Fehler. Vor allem Raygun, dass ich genau von wo der Schuss kam. Ja, nö. Das ist so wurscht. Das Ding ist gut. Ich hab mir so eine Silent MF... 4A oder wie die da hieß. Ja, die ist Silent MF... Ja, die ist Silent MF... 4A. Dachte so, das wäre so eine äh... Fernkampf. Aber die war ja halt nichts. Die hat sich gelohnt, die Raygun, ne? Die war ja gar nichts. Die hat sich gelohnt. Die Raygun hat sich gelohnt. Die Raygun hat sich gelohnt. Ich hoffe, es ist die beste Knoll. Ja, nur eine fucking Shotgun. Was sagst du? Hey, Johannes. Hey, na? Hast du ne Waffe für mich? Ich verstehe mich einfach. Die Runde komplett. Hast du ne Waffe? Hey! Warum ist Kevin da in der Ecke? Weil ich mich hier verstecke. Vor wem? Vor euch allen. Also wenn er schießt, ne? Ja. Was dann? Dann... Also wenn ich nichts mehr sage, dann bin ich... Dann war's Kevin. Das ist was anderes, ne? Er war weggeknallt. Alles. Er hat Sia vor meiner Nase erschossen. Was? Ich wurde weggebaseballt von... Äh... Sia. Okay. Von bei... Weiß ich wer... Von 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 wo. Ich hab Angst. Lass die Tür zu. Kevin! Nein! Lass mich rein Kevin! Ja komm rein Junge, weil du es bist. Was? Ich brauch mal... Ich brauch mal irgendeine Waffe. Ja warte ich hab... Ah! Jawoll! Jetzt ist los! Hier hier hier. Hallo, hallo. Ist hier? Achso! Wo ist er denn? Das ist doch was Persönliches zwischen euch beiden, oder? So und Nummer eins. Ja. Hat die auch noch einen Schuss? Ja, die hat zwei Schüsse immer. Boah, immer noch! Fuck! Ja bitte, ne? Ja, gute Runde Junge. Danke dir! Dabei sieht der mich einfach wegfallen. Was war das? Hast du Body Faker benutzt? Nein! Ich bin einfach nur an dir vorbeigelaufen. Warum kam dann das Geräusch, dass jemand gestorben ist neben mir? Weil Marcel bei mir drin war. Weil er hat einen Faker gesetzt. Nein, Marcel war auch drin. Bei mir stand genau vor mir. Man meinte, wenn ich nicht mehr rede, dann hat Kevin mich gekillt. Dann hab ich ihn gekillt. Wo kriegt man denn die Baseballschläger her? Das ist auch ein Film mit Trader. Achso. Aha, okay. Du musst dich einfach, wie ich, in der Ecke hocken und dir alles in Ruhe durchlesen. Ja, wenn du die Zeit dafür hast. Ach ja. Das Schöne war, ich wollte grad mit der Sniper clean, aber du hast ihn so lieb gefragt, ob ich dir eine Waffe geben kann. Da hab ich gedacht, okay, ja. Weißt du, demnächst erschieß ich dich einfach, wenn ich dich in der Ecke hocken sehe, während du im Shop bist. Ich lege es dir? Was jetzt? Warum? Hast du eine Waffe für mich? Wenn du da im Shop bist, demnächst schieß ich einfach so. Ich war ja nicht im Shop, ich hab mich da echt hingeschillt und hab dir getan, als würde ich mich verstecken wollen. Aber als du meintest, ja, ich bleib jetzt hier. Hast du mich erschossen, genau. Ich bin übrigens rounded, weil ich die Leiter runtergefahren bin. Hey! Oh! Hilf, hast du das rounded? Oh! Ja. Komm, ich schläft. Wow. Au! Hier ist Blut und das müsste Johannes gewesen sein. Oh, sorry. Johannes, ich hab nen Fehler gemacht. Es tut mir sehr leid. Der war jetzt wieder in seinem Sniper Spot? Ja, ich wollte doch grad gesnipert. Aber ich kann's auch verstehen, weil ich hab... Ja, weil du auch viele geschossen hast. Ja, aber du musst sehen, hier bei den Fässern ist Blut. Da ist grad wieder irgendwer gestorben. Ich hab zumindest dieses... Gehört. Okay. Hast du ihn umgebracht? Ja, hast du. Oh, ich seh so wenig. Viel nächstes Mal besser, okay? So, bitte? Wow! Absolut! Das war mein Blut! Danke! Ich hab doch gesagt, dass ich da gestürzt bin. Ach! Ja, ich hab nur die Explosion gesehen, Blut gesehen, ihn gesehen. Ist okay. Nein, ich bin erst von der Leiter runtergefallen und dann hab ich gesagt, da liegt Blut genau da, wo Johannes ist und dann war ich tot. Wurde von Matze erschossen. Einfach von wegen des Sniperts, so von der Seite. So ein richtig dreckiger. Das war übeld nach Johannes aus. Dennis? Ich bin direkt runtergefallen. Hab ich dich überhaupt gehittet? Nee, ne? Nee, du hast mich nicht hichtet. Du respawnst, du bist bald ein Pairing vorbei. Ja, 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 ja. Das hab ich. Das hab ich auch. Als wäre jetzt irgendwie nice gewesen, hätte ich dich noch mitgenommen. Ich möchte einfach wissen. Nee, da war nichts. Da war denn jetzt eigentlich noch der andere Tee? Äh, Matze! Ah! Der Argasch. Ist dir einfach runtergefallen oder was war mit dem? Nee, der war hinter dir. Der war hinter dir, genau. Also auf dem Wolkenkratzer, Matze, ne? Diese zwei, die neben dem anderen stehen. Auf dem Fluchturm oder was? Ja, und da, und davor ist ja dieser Wolkenkratzer, diese beiden kleinen, ne? Da kann man drauf irgendwie. Irgendwo. Oh, bitte nicht fallen. Immerhin nicht auch irgendwie so ein Event. Ich wollt grad sagen. Ey. Hey. Wer hat die Insel geworfen? Ich nicht. Ich dachte, du wolltest mich grad töten. Nein. Ich wär nicht so inkompetent und bring mich dabei um. Okay. Also ich hab auch von Ara Akira gedacht, dass er niemals irgendwo runterhüpfen würde. Ja. Ja. Er hat mal nicht den Boden beachtet. Ich hab hier ja grade gesprungen oder was? Mir. See ya. See ya later. Ich weiß gar nicht mehr mit welchem Knopfwischen. Boah, das ist grad so verlockend, der. Gerade beim Wasserturm lang gegangen ist. Mal weg. Ach, dahin? Du willst du. Ey, wer hat auf mich geschossen gerade. Ich hab nur das letzte. Johannes war's. Johannes war's. Ja. Er hat ne Gauss. Wow, ich hab Standblut gehabt und bin dann den Tormuch runtergefallen. Ich bin nur One-Hit. Loy. Sehr. Ach, das ist die Waffe von Johannes, oder? Ja. Der hab ich grad eingesammelt. Ja, nice. Ich weiß, ich kann auch nochmal confirm, wenn ich ihn finden würde. Nee, nee, nee. Sag mal. Der liegt da unten. Ja, ich confirm. Da schieß schon wieder wer auf mich. Ich hab gedacht, du hast vom Torm auf mich geschossen. Ich hab nicht mal auf dich geschossen. Du hast doch gerade selber runtergefallen. Ich confirm. Ja, aber von, von... Ja, ich hab nur... Ja, er war Traitor. Okay. Seer, Seer ist safe. Okay. Haben wir Augen? M-Mudi ist nicht safe. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Wo ist der? Marcel, bitte nicht. Warum bist du... Warum bist du near death? Weil ich gesagt hab, ich hab ein Standbild gehabt und bin da runtergefallen. Da, wo du gefallen bist. Kannst du gucken gehen, da ist Blut. Aber kein Toter mehr. Nicht mehr. Okay. Nee, aber ich komm jetzt hin, dann kill... Oh fuck. Bist du... Ja. Er ist runtergefallen. Loll. Also entweder Marcel oder Akio. Yeah. Würde ich sagen, ne? Du bist ja safe. Ich würd's sagen, Marcel. Ich würd's sagen, du. Ich würd's auch gerne die... Ups. Das war jetzt dumm. Egal, ich hab noch einen Schuss. Was? Da ist doch trotzdem noch einer, oder? Na ich noch, aber... Du sagst halt nie was! Ja! Ich beobachte. Okay, dann würd's sagen. Ich lass dich in Ruhe, ne? Ich lass dich in Ruhe. Okay. Du bist safe. Du bist auf jeden Fall safe. Was ist das außerdem? Außerdem Akira, du wurdest doch verwundet, ne? Nein. Hast du nicht gesagt, du wurdest ein paar mal angeschossen? Ne, es wurde auf mich geschossen, aber die Johannes hat auf ihn geschossen gehabt. Ja, dann kannst du es ja nicht sein, aber dann kannst du es ja nicht sein. Ja, aber warum soll die Johannes auf ihn schießen? Ja, deswegen ja, deswegen kann denn es gar nicht sein, dann muss es ja Agass sein. Oder du. Nicht. Ja, oder ich, genau, aber ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Und du wüsstest, du hattest zu sein, du wüsstest. Es zieht auf mich, ja, also suspicious bist du gerade. Ich habe nur geguckt, wo du bist. Ich bin auf meinem Turm. Ja, habe ich gesehen, aber ich suche Agass. Äh, Dennis, Mutti ist übrigens unter dir und der schießt auf, äh. Ah, da ist er, genau. Einer von euch beiden ist es. Also, ne, Agass muss es sein, eigentlich. Wäre ja dumm. Oder es wäre der 500er Move von Johannes. Schießt auf irgendwelche Fässer? Ich was? Ach, du wüsstest. Also, der ist direkt an deiner Hinterwand, äh, am Boden unten. Und der rennt die ganze Zeit mit der Pistole rum. Ich bin's nicht. Ich sag's gleich. Ich bin nicht der... Deckmörder. Okay, ne, kann er nicht hier sein. Es ist fucking Marcel. Also, wenn ich übernehme, dann fährt er ihn gleich um den Pfeil. Boah. Hahaha, wie das aussieht. So, Matzo, wo ist ein... Hast du Marcel gesehen? Ja, der war gegenüber auf dem Anwenddach. Ja, das weiß ich auch noch, aber seitdem seh ich nicht mehr. Hat er sein Ding gezündet? Du musst aber mehr mit uns kommunizieren. Was würd ich jetzt draufsetzen, dass er Johannes wieder retzt? Aber Johannes Leiche liegt noch da. Das ist Mutti. Das ist für mich irrelevant. Weil er hat keinen Staff in der Hand. Ja, also. Ja, der hat sich versteckt. Scheiße. Ich hatte keine Punkte mehr. Fuck. Was ist das für ein motherfucking Panzerglas in dem Turm? Ich bin genau auf deinem Kopf, aber Akira. Ich drück ab und es... Die Scheibe geht kaputt. Shit, ey. Ich bin full life. Sorry. Hab ich Akira noch erwischt? Leider ja. Jetzt siehst du mal, wie das ist mit dieser Waffe. Oh Mann, ey. Ich dachte, ich werde Argas auch noch erwischen. Schade. Der war kein Panzerglas. Also ich hab... Ich hab die Glasscheibe zerstört schon. Also... Ich hatte... Ich hab... Ich war genau auf deinem Kopf drauf. Ich hab einfach leider keine Punkte mehr gehabt für Wiederbelebung. Weil sonst hätte ich Johannes nämlich wiederbelebt. Also noch krass auf den Kopf kann man ja nicht ziehen. Bei mir ist das gegen eine Wand gekommen. Oh, jetzt geht's jetzt. Ich schläge eine Kleine auf. Weil ich nicht getroffen hab. Ich hab jetzt durch meine Lieblingsfavori getötet worden. Das ist so... Das ist salzig, ne? Ey! Jetzt klappt der mir die Reife. Ich fass es nicht. Schlimmer ist es wohl gerade, wo ist geschossen. Ich hab nichts gemerkt. Ah doch, jetzt hör es. Da oben, da unten. Und... Also rechts. Rechts. Da auf dem Dach, Johannes. Wo Johannes ist. Da wurde geschossen. Ihr Wort nur um Fass zerstört und das Fenster... Und da ist auch Kevin. Ja, hier ist ein Fenster. Das hab ich kaputt schossen. Beobachte die beiden mal. Johannes ist unter uns quasi. Jetzt hab ich keine... Genau, zugefällig hier. Das ist hoch gegangen. Wer ist da? Da ist noch Kevin. Okay. Okay. Da schießt er unter mir. Ich möchte das Fass hier zerstören, bevor ich da hinlaufe. Ich schieße auf dem Fass, was hier direkt bei der Leiter steht. Jetzt sind nur alle Fässer, damit ich hier... Ach, jetzt. Ja, ich hab das... Zerschossen. Was? Du bist da oben drauf. Ja. Hm? Kevin ist übrigens bei Akira gewesen. Ja, ich bin jetzt aber von Akira weg. Also... Ich bin nicht so der Power. Ich geh mal von Agas weg. Nein. Ich vertraue ihm zwar, aber ich möchte nicht an seinem Tod schuld sein. Alles gut. Weil wenn wir zwei da so ob, wie es stehen... Alles mal ab. Ihr werdet euch. Aber ganz kurz nur. Still? Hm? Achso, das ist Kevin. Hast du auf Leute schießen oder was? Nein. Ich hab bloß gehört, wer da auf dem Dach rumgammelt. Was ist denn hier nach oben? Ich hör ne Rifle. Ui. Ja... Au! Johannes ist hinter mir? Marcel... Guck mich nicht an. Ich wurde grad besnipert. Du auch? Okay. Ja. Hm... Ich hab nicht umsonst 25 Leben verloren. Agas ist tot. Aber du warst bei Agas. Dann war's wahrscheinlich... Dann war's wahrscheinlich Dennis hinten aus seinem Türmchen. Sia, lebst du noch? Sia kann mir nicht mehr helfen oder so. Und Marcel liegt auch vor meiner Nase. Okay. Sia kann mir nicht mehr helfen oder so. Und Marcel liegt auch vor meiner Nase. Okay. So, dann heißt es jetzt warten, bis Kevin wieder da ist. Wow! Wow! Ich dachte, sie habe auch totes. Kevin wäre der Zweite. Nee. Ich hab Kevin auch einfach mal angeschossen. Aber ich hab nicht gerallt, dass der aufgehakt ist. Hat er aber gesagt. Ja! Kannst du mich raten? Dennis hat mich angeschossen, oder? Ja. Ja. Er hat doch mich erschossen. Weil er mich hasst. Er hasst mich einfach. Nee, das hast du mir angeboten gerade. Ja, ich weiß. Ich hab dich eigentlich gesucht. Aber ihr werdet... Ich muss meinen Ort wechseln mal langsam. Ich bin immer ab im Tor. Ähm. Ihr werdet ihn aber nicht sofort erschießen. Ihr müsst ihm ein bisschen Zeit geben, weil sonst ist das ein bisschen unfair. Ja. Aber ich gib ihm Zeit. Ich hab deinen Start gesehen, deswegen. Ich hab deinen Start gesehen, deswegen. Ex-Aplosion. Oh, er hält nach. Was? Erstmal auf die schweren Schütze wechseln. Mal zählen, doch nicht im Stream essen, ey. Boah, alter. Das würde nur der Snob dazu sagen. Wow. Ich hab eigentlich nicht gegessen, ich wollte nur das Klebeband richten, aber gut. Hat nicht geklappt. Also wenn er in anderthalb Minuten nicht da ist, dann kill man's. Ja. Natürlich. Ja. Jo. Boah. Bist du? W- Was? poder- oder? Der Lauf hat aber auch total sehr geblieben. Du hast du jetzt eigentlich Explosion gesetzt. Ich bin jetzt schon. Oh, ich bin jetzt bei dem einen Bord. Du bist in der Fall eben. Das ist die Fläche gehört? Ich werde nicht revived. Mit 50%. Mit wie viel? Roundover. 74. Du wirst auch nach Roundover immer noch revived. Ja. Du kannst auch nach Roundover immer noch possessen. Ich hab schon wieder eine Schock. Ich mag den Spot da oben irgendwie. Der ist effizient. Der ist ein bisschen assi. Ja, nur weil ihr nicht wisst, wie das geht. Ja, doch mit diesem Wagen. Ja, das geht auch mit den Kisten hier, also nur den Koffern. Du hast luke Anstrengung. Du brauchst die Kisten und die Koffer. Du brauchst die Koffer und den Wagen. Koffer platt machen, auf Wagen stellen, flachen Koffer unter Wagen ziehen, aufstehen. Und hochziehen. Und zip bis oben. Genau. The Elevator. Hallo? Wenn du nicht vollkommen inkompetent bist, dann geht das auch recht gut. By the way, ist es wieder bloß einen Trader. Ja. Lol. Eine Prozentanzahl. Ja. Ich sinnvolle ein Trader. Dafür müsste der Trader jetzt aber mehr Credits haben. Ja. Wir sind fünf Stück gerade. Okay. Hm, da brennt's. Na, wie der Türmchen? Auf dem Zamsche steht der Wärmsche. Habt ihr mal die Fenster aufgeschossen? Mit dem Schamsche und dem Ärmsche. Kommt der Stamsche, mit dem Schamsche und dem Ärmsche und dem Damsche. Und jetzt bitte auf Deutsch. Wer von euch kann hessisch? Keiner. Ich lebe zwar in Hessen, aber ich kann kein hessisch. Auf dem Turm steht ein Wurm mit einem Schirm unter dem Arm. Kommt ein Sturm, wirft den Turm mit einem Schirm unter dem Arm und schon ein Turm. Bedöhm, Junge. Jörg, wer ist beim Helikopterländerplatz und zieht gerade in meine Richtung? Ja, ja. Ich seh dich. Ich guck, was du machst. Johannes geht auch erstmal inspizieren. Hallo, Johannes. Johannes hat eine Granate geworfen. Da ist ein Smoke. Falling. Mein iPhone sagt Nachricht. Du hast eine Nähd geworfen. Das darfst du nicht, es geht. Die ist aber irgendwo da unten hochgegangen. Da unten brennt. Also vollkommen ungefährlich. Nein. Das habe ich gesehen. Johannes ist Traitor. Ey, echt mal. Oh, er wirft eine Inze. Direkt unter mich. Sollen die es? Hallo, wo ist Mastel? Ich bin hier am Dach. Mastel, guckt einfach weiter zu. Also, äh. In diesem, keine Ahnung. Ich sehe, ich sehe so ein Graffiti auf der anderen Seite. Da steht Resist. Wie war der Resistanz? Wahrscheinlich. Was war das? Das war ein Fass, auf das ich geschossen habe. Unter dem Wasserturm. Ich würde mal raten, dass du jetzt das andere Fass unter der Treppe geklatscht hast. Ja, und wo ist Agassin? Das frage ich mich jetzt auch. Hm. Weil, ey. Bist du böse? Wie steht er hinter mir? Fuck. Da ist Mutti. Oh, hi. Den haben wir wieder gefunden. Warum bin ich hier eigentlich weg? Ach, da. Warum ist eigentlich noch nichts geschehen? Das frage ich mich auch. Zugzwang. Weil. Los, Marcel. Bring mal wen um. Marcel Trailer ist. Ja, genau. Immer ich. Der muss erst mal durchlesen. Ja, du bleibst. Erst mal durchlesen. Versuchst du noch einen Trailer-Shop? Ja, natürlich. Irgendwie habe ich schon gesagt, dass du auf ihn zu schießen. Achso, auf mich. Du bist schon wieder oben, ne? Ich habe ein Geschenk für dich. Hier ist ein Klappkopf. Gefüfft doch was. Das war schon gefährlich. Guck, 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 guck. Hey, hinter dir steht Marcel. Ja. Ups. Aber ich sehe, ich sehe halt auch, dass du da oben bist und Sia ist hinter mir. Also, selbst wenn ich Traitor wäre, wäre das ganz schön dumm, den umzubringen. Johannes, was ist das für eine Piste? Das ist eine Diegel. Okay. Ah. Oh, schon wieder WhatsApp-Nachrichten. Okay, Mutti. Hallo. Hi. Da kam eine Grenade zu Akira hoch, von Johannes. Ja. Mal wieder eine Inze. Wow. Einfach Red und KK. Also doch, Marcel. Einfach Red und KK. Ja, was soll ich alleine machen gegen vier, die mich anvisieren? Das ist absolut scheiße. Ganz ehrlich, ich kann halt nichts machen. Egal, was ich mache, ich sterbe auf jeden Fall. Einfach aus der Schussbahn gehen, fertig. Ja. Das weiße Haus. Ganz ehrlich, allein ist das absolut scheiße. Ach was. Das weiße Haus. Vielen Dank.